Dagmar Koller, geboren am 26. August 1939 in Klagenfurt, Kärnten, ist eine österreichische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin, die nicht nur in ihrem Land, sondern weltweit bekannt ist. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere hat sie mit berühmten Musicals wie My Fair Lady, West Side Story und Sweet Charity einen tiefen Eindruck beim Publikum hinterlassen. Doch Dagmar Kollers Leben wurde kürzlich durch einen unglücklichen Unfall im vergangenen Jahr ernsthaft erschüttert. Dagmar Koller besuchte bereits im Alter von sechs Jahren die Ballettschule. Anschließend studierte sie an der Wiener Akademie für Musik und Darstellende Kunst, wo sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verfeinerte. Ihre Karriere begann an der Wiener Volksoper und verbreitete sich schnell über die Grenzen Österreichs hinaus. Einer der wichtigsten Höhepunkte ihrer Karriere war die Wiener Blut-Tournee in den USA und Kanada von Juli bis November 1964. Auch in Berlin machte sie sich 1964 mit Franz Lehas Oper, Land des Lächelns, einen Namen. Darüber hinaus ist Koller vor allem für seine Rolle als Aldonzer in der deutschen Erstaufführung von »Der Mann von La Mancha« am 4. Januar 1968 im Theater an der Wien bekannt. Sie hat auch mit berühmten Stars wie Elisabeth Taylor, René Collo und Udo Jürgens zusammengearbeitet. Im Fernsehen war sie in vielen beliebten Filmen und Shows zu sehen, darunter »Ringstraßenpalais« und »Komm in den Park Saussussi«. Dagmar Koller singt Robert Stolz, der in mehr als 80 Länder verkauft wurde. Im vergangenen Jahr hatte Dagmar Koller einen schweren Unfall, der ihr Leben völlig veränderte. Der Unfall hatte schwerwiegende Folgen für sie und führte dazu, dass sie nicht mehr normal gehen konnte. Dies beeinträchtigte nicht nur ihr tägliches Leben, sondern behinderte auch ihre Fähigkeit, ihre geliebte künstlerische Karriere fortzusetzen. In einem aktuellen Interview gestand Koller, dass sie sich seit dem Unfall immer einsam gefühlt habe. Der körperliche Schmerz schwächte ihren Geist und ihre Einsamkeit verschärfte sich, da sie nicht mehr in der Lage war, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen und Leistungen wie früher zu erbringen. Sie erzählte, dass sie sich isoliert und verloren fühlte, weil sie nicht auf der Bühne stehen und mit dem Publikum und den Kollegen interagieren konnte. Privat führte Dagmar Koller eine glückliche Ehe mit Helmut Zilk, einem berühmten österreichischen Politiker und Journalisten. Sie heirateten 1978 und führten ein glückliches Eheleben bis zum Tod von Helmut Zilk im Jahr 2008. Ihre Beziehung wurde von der Öffentlichkeit bewundert und war ein wichtiger Teil von Kollers Leben. Der Tod von Helmut Zilk bereitete ihr große Schmerzen, und der jüngste Unfall verstärkte die Einsamkeit, die sie ertragen musste. Neben dem Verlust ihres Mannes und den Folgen des Unfalls erlebte Dagmar Koller in ihrem Leben noch viele weitere Tragödien. Obwohl ihre Karriere erfolgreich war, verlief sie nicht ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen. Sie musste sich einer harten Konkurrenz und dem Druck der Öffentlichkeit und Kritiker stellen. Obwohl er immer sein Bestes gab, gab es Zeiten, in denen Koller mit Ungerechtigkeit und scharfer Kritik konfrontiert wurde. Derzeit kämpft Dagmar Koller mit der Einsamkeit und den Schmerzen nach dem Unfall. Sie gab jedoch nie auf, diese Herausforderungen zu meistern. Unterstützung erhielt sie von ihrer Familie, Freunden und Fans, die immer an ihrer Seite waren, ihr Mut machten und ihr Kraft gaben. Auch wenn er nicht mehr wie zuvor auftreten kann, bleibt Koller optimistisch und findet Wege, auf andere Weise zur Kunst beizutragen. Sie verbringt mehr Zeit damit, Bücher zu schreiben und Erinnerungen und Erfahrungen aus ihrem Leben als Künstlerin auszutauschen. Darüber hinaus beteiligt sich Koller auch aktiv an Wohltätigkeitsaktivitäten und hilft Menschen in schwierigen Lebensumständen. Diese Aktivitäten helfen ihr nicht nur, die Einsamkeit zu überwinden, sondern bringen auch Freude und Sinn ins Leben. Dagmar Koller ist ein Symbol für Widerstandskraft und künstlerische Leidenschaft. Obwohl sie in ihrem Leben mit vielen Tragödien und Herausforderungen konfrontiert war, behielt sie stets ihren Geist und arbeitete hart daran, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Ihr Leben und ihre Karriere inspirieren viele Menschen und beweisen, dass Menschen mit Willen und Liebe zur Kunst alles überwinden können, egal wie schwierig das Leben ist. Dagmar Koller wird für immer ein leuchtender Stern in den Herzen des Publikums und in der Geschichte der österreichischen Kunst bleiben. Obwohl Dagmar Koller in ihrer Karriere große Erfolge erzielt hat, steht ihr aktuelles Leben vor großen Herausforderungen. Nach dem Unfall im letzten Jahr kann Dagmar nicht mehr normal gehen, was ihre täglichen Aktivitäten sowie ihre Fähigkeit, ihre geliebte künstlerische Karriere fortzusetzen, stark beeinträchtigt hat. In jüngsten Beiträgen gestand sie, dass Schmerz und Einsamkeit die größten Herausforderungen in ihrem Leben seien. Der Unfall hinterließ schwere Verletzungen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Sie kann nicht normal gehen und ist auf die Hilfe ihrer Familie und Hilfsmittel angewiesen. Für Dagmar Koller ist jeder Tag ein Kampf gegen Schmerzen und körperliche Einschränkungen. Da sie sich nicht frei bewegen konnte, hatte sie das Gefühl, einen wichtigen Teil ihres Lebens zu... ...das nicht sinken wollte, routinemäßig im Krankenhaus untersucht werden. Die Ärzte, die das Baby behandelten, staunten nicht schlecht, als sie ein ungewöhnliches Muttermal hinter dem linken Ohr des Kindes entdeckten. Es hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem sehr ähnlichen Muttermal, das bei einem anderen Kind gefunden wurde. Dem Baby von Brian und Laura. Das medizinische Personal sah sich die Bilder der Geburt und der Tage danach noch einmal an und kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Sie konnten sich nicht an das Mal bei Claras und Ryans Baby erinnern, weil dieses Baby kein Mal hatte. Das konnte nur eines bedeuten. Dieses Kind gehörte nicht zu dem Zwillingspaar, mit dem er aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen war. Könnte es sein, dass die Babys bei der Geburt auf unvorhersehbare Weise vertauscht worden waren? Obwohl sie sich in fast allen anderen Aspekten kaum unterschieden, war dieses unscheinbare Muttermal der einzige erkennbare Unterschied zwischen ihnen. Das deutete darauf hin, dass die beiden Elternpaare unwissentlich eine starke Bindung zu dem falschen Kind aufgebaut hatten, ohne sich eines herzzerreißenden und entsetzlichen Fehlers im Krankenhaus bewusst zu sein. Der Moment, in dem sie erkannten, dass ihre geliebten Kinder nicht ihre biologischen Nachkommen waren, sondern zu dem anderen Paar gehörten, war eine niederschmetternde Offenbarung, die ihr Verständnis von ihrer Familienstruktur erschütterte. Das Krankenhauspersonal entschuldigte sich ausgiebig und versuchte, die Dinge wieder gut zu machen, indem es ihnen eine beträchtliche Geldsumme als Entschädigung für den Vorfall anbot. Ryan und Clara waren jedoch zu sehr von der Angst und Sorge überwältigt, wie sich diese schockierende Enthüllung auf ihre Familiendynamik auswirken würde, insbesondere auf die Beziehung zu Ryan und Laura. Es war offensichtlich, dass ihr sorgfältig geplantes Familienleben auf den Kopf gestellt werden würde, und diese Erkenntnis ließ sie sich hilflos fühlen. Egal, wie sehr man sich bemühte, der bevorstehende Umbruch schien unausweichlich zu sein, und so mussten Ryan und Clara den unkontrollierbaren und beunruhigenden Weg, den ihr Leben nehmen würde, einfach akzeptieren. Ein Gefühl der Versuchung flüsterte in ihren Köpfen und drängte sie, zu schweigen und die selige Unwissenheit zu bewahren, die alle um sie herum umgab. Es war eine verlockende Idee. Aber beunruhigende Gedanken nagten weiter an ihrem Gewissen und warnten sie, dass dies nicht der richtige Weg war, mit den Dingen umzugehen. Mit einem tiefen Atemzug und entschlossenen Blicken stimmten sie widerwillig zu, dass der mögliche